Herzlich willkommen beim Tutti Essensi YouTube Kanal. Heute haben wir zwei Weine vom Würzburger Julius Spital verkostet. Und zwar zuerst den Würzburger Silvaner und als zweiten Wein den weißen Burgunder. Die Testergruppe die heute zusammen kamen fangen beide Weine eigentlich bringen. Der Würzburger Silvaner ist ein sehr eleganter Wein, ein sehr feiner Wein. Den habe ich hier noch in meinem Glas und er duftet sehr nach vielen wunderbaren frischen und süßlichen Früchten, hat aber eine schöne Konsistenz dahinter, richtig kräftiges Volumen und eine elegante Säure. Der weißen Burgunder oder weißer Burgunder wie er hier heißt, der macht einfach nur Spaß. Auch mit viel Frucht versehen, gemütlich, wunderbar, ein Wein, ein Schloppenwein, ein Wein den man auch einfach mal so trinken kann. Vielen Dank und bis bald bei Tutti Essensi.